Hallo, moin zum heutigen Daily. Heute gibt es eine, ja nicht wirklich Pause, aber so eine kleine Filler-Episode, sage ich mal, denn es gibt noch auf jeden Fall zwei Sachen, die ich noch nicht so ganz weit vorbereitet habe, sobald ich sage, okay, das kann ich jetzt schon direkt präsentieren, sondern jetzt kommen erst mal noch ein paar Fragen an euch. Vielleicht habt ihr ja Bock, ein bisschen Rückmeldung zu geben. Nummer eins, ihr seht schon, Crowdfunding, denn da ist einmal die Frage natürlich, wie würdet ihr im Rahmen eines Crowdfundings unterstützen, unterstützen wollen, unterstützen können vielleicht, welche Artikel würdet ihr kaufen, wenn es vielleicht um Merch geht oder sonst was in die Richtung, was würdet ihr unterstützen an dem Punkt oder was würdet ihr gerne haben. Dann, wie würdet ihr vielleicht anders partizipieren wollen, wie zum Beispiel, ja, ich habe sowas überlegt, wie die Stühle, die in dem Gaming-Raum zum Beispiel sind, dass man die brandet, da kann man ja auch individuelle Namen draufschreiben, dass man sagt, okay, dieser Stuhl wurde mit freundlicher Unterstützung von Hans-Peter finanziert oder sowas in der Richtung, also dass man so quasi auch die Einrichtungsgegenstände gebrandet, quasi mit den Nicknames, Namen, wie auch immer, hinbasteln kann oder sowas in der Richtung halt. Das meine ich mit anders partizipieren in irgendeiner Form. Oder wollt ihr einfach nur ein paar Euro in die Runde werfen und das reicht euch dann, weil ihr eigentlich gar keinen Kram braucht, sondern einfach nur coole Sachen unterstützen wollt. Das ist dann die Frage. Vielleicht auch, sag ich mal, so ein Vorauskauf, wenn man sagt, okay, man bietet Gaming-Wochenenden am Schluss dann auch an, dass man sagt, okay, ich kann jetzt schon eins buchen und das dann später irgendwann einlösen, so gutscheinmäßig quasi. Das wäre dann vielleicht noch ein anderer Punkt. Also gerne Crowdfunding alles reinwerfen, was ihr so denkt und machen wollen würdet, wenn ihr Bock habt auf das Projekt. Und dann gehen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Wunsch-Location, die ja noch raussteht. Ein Beispiel dafür habe ich mir ja schon angeguckt, aber da muss ich noch ein bisschen Zeit reinstecken, damit ich da auch die Zahlen so einigermaßen okay habe. Viele Zahlen kann man da sowieso noch nicht ranbringen, weil es sowieso ohne Investor unrealistisch ist, das zu tun. Dementsprechend werden auch die Zahlen nicht so hundertprozentig, also nicht so, die anderen beiden waren jetzt auch nicht super detailliert, aber man kann die Fülle an Informationen einfach nicht so richtig gut darstellen, würde ich mal behaupten. Aber die Frage an euch ist jetzt, was gehört in eure E-Sport-Location rein? Wenn ihr da hingeht, was wollt ihr haben? Und ich sage jetzt mal hier, es ist die Wunsch-Location, es sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alles haben. Ihr könnt sagen, ich brauche ein Parkplatz für mein Auto. Ich will meinen E-Bug aufladen können, ich will einen Computer haben, ich will Virtual Reality haben, ich will was zu essen bestellen können, ich will ein bestimmtes Getränk haben oder was weiß ich. Sucht euch was aus. Wenn ihr Bock habt, hier ein bisschen reinzuballern, dann erzählt mir gerne, wie ihr euch eine Location vorstellt, beziehungsweise zu welcher ihr vielleicht gehen würdet und warum. Also, das war es für heute. Kurzes Daily. Ich mache mich gleich auf den Weg und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag, denn so spät ist es ja noch nicht. Einen schönen Abend irgendwann, gute Nacht und ja, dann kommt gut in den Samstag, haut rein.